Sandra kommt gleich bei mir hier in Köln vorbei und ihr seht es bereits im Titel eingeblendet, denn das heutige Video endet, sobald sie mir ein Kompliment macht. Also etwas Nettes sagt. Sie weiß mal wieder von nichts und ich filme sie, sobald sie im Treppenhaus ist. Heiz, Maul. Alter, ich hab Kopfschmerzen, als ob mir jemand über meine Fresse gefahren ist, Alter. Was sagst du von mir, Lukas? Sandra, wir haben wieder ein Thema heute. Äh, du Arschlo, du bist hässlich. Was darf ich heute nicht sagen? Tja. Lass mich erstmal ankommen, Alter. Sag nicht, ich muss jetzt meine Füße waschen. Nee. Äh, Dinger, keine Ahnung, du nervst mich schon wieder. Arschlo? Nee. Äh, verpiss dich. Nee, muss man ein bisschen weiter denken. Ich hasse dich. Nee. Du bist hässlich? Nee. Du kannst, ich weiß es nicht. Ja, denk mal ein bisschen nach. Was dürftest du wohl nicht sagen? Du weißt ja, dass es um die Videoreihe geht, das Video endet, wenn. Ähm. Dinger? Hä? Dinger? Nee. Alter? Nee. Hals, Maul? Nee. Dinger, ich hab nicht so viele Wörter in meinem Wortschatz. Hast du schon mal überlegt, ob ich glaub... Vielleicht geht's auch nicht so richtig um Wörter. Nee. Nein? Nee. Hey, was denn sonst? Um schlagen geht's auch nicht. Rauchen? Nee, es geht schon um Wörter, aber jetzt nicht um einzelne Sachen. Luca, ich glaube, dieses Wort ist überhaupt gar nicht in meinem Wortschatz. Ja, das kann sein. Ja. Aber... Was mach ich denn sonst, wenn ich hier reinkomme? Hat's damit was zu tun? Ja, vielleicht ist es ja auch was, was du sonst nie machst. Hallo? Nee. Ich weiß es nicht. Äh. Das ist schon ein guter Tipp, dass es was ist, was du sonst nie machst. Du siehst heute gut aus. Du siehst, was du? Du siehst. Du pe